LinkedIn ist weltweit das größte Karrierenetzwerk mit 467 Millionen Mitgliedern. Wir bieten unseren Mitgliedern Lösungen im Bereich Marketing, Vertrieb, aber auch zur Rekrutierung von neuen Mitarbeitern an. Ich glaube, das Wort für die Initiative Packmas, Anpacken, ist genau das Richtige. Die Digitalisierung erlaubt es einem, einfach was auszuprobieren. Stellen Sie mal ein Video von Ihrer Firma auf die Plattform. Es ist super interessant zu sehen, wer interessiert sich dafür an Personenkreise, die man vielleicht gar nicht auf dem Radar hat. Und man täuscht sich sogar manchmal, wie viele Kunden einen weiterempfehlen, wenn sie ein Medium dafür haben und eine Plattform. Eine Herausforderung ist natürlich sicher das Wissen. Wie packe ich eine Digitalisierung an? Was konkret muss ich machen? Und ich glaube, darum geht es auch. Kleine Schritte, etwas zu tun, etwas auszuprobieren, zu lernen, andere auch zu treffen, sich zu unterhalten und es wirklich auch zu machen in kleinen Schritten. Ich muss nicht die großen Berater engagieren, die mir sagen, wie es geht. Ich muss eigentlich nur selbst etwas tun. Und der erste Schritt ist es, ein Unternehmensprofil bei uns aufzusetzen oder auf einer Plattform sich zu positionieren. Und der erste Schritt ist es, ein Unternehmensprofil bei uns aufzusetzen. Und der erste Schritt ist es, ein Unternehmensprofil bei uns aufzusetzen.